Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crossout. Ja, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir machen nach den zwei... Oh, nicht bauen. Nach den zwei gescheiterten Raids von letzter Folge versuchen wir es einfach nochmal, komm. Aber man muss da einfach mal klappen. Ich nehme die Folge jetzt auch direkt wieder im Anschluss auf zu der Folge von gestern und ja. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Naja, ansonsten machen wir dann einfach noch ein paar Gefechte und... Mal gucken. Alter, viereinhalbtausend. Wir werden richtig gecarried. Mann, ich kann das Wort immer noch nicht. Mach mal jemand mit mir den Englischkurs, Mann. Bring mir das mal jemand bei. So. Dann gucken wir mal. Ansonsten, wie gesagt, immer wieder gerne Tipps in die Kommentare und... Also, Tipps zu dem Spiel, Tipps, was ich generell an meinen Videos und so weiter verbessern kann. Und ja. Schön aktiv diesen Kanal mitgestalten. First Blood. Mal wieder. Auf jeden Fall will ich heute die Mission noch beenden. Mit diesen 50 Kills. 50 KI-Gegner töten. Aber das dürften wir, glaube ich, mal hinkriegen, oder? Sollten wir hinkriegen, ne? Gut. Und auf geht's. Wow. Den hat er zerlegt gerade. Hey, Woiwoi. Todesengel. Wuh. Geil. So, weiter geht's. So, jetzt... Ah, jetzt kommen hier oben die Minen. Stimmt. Ja, wir machen nochmal denselben Raid, weil dieser andere eben, also von gestern, mit dieser Ladung stehlen. Irgendwie fand ich das richtig bescheuert. So. Gut, Minen sind alle down. Jetzt lasst uns nochmal bei dem LKW gucken. Dass der vielleicht sogar vorwärts kommt, das wäre ja nicht schlecht. Jo, schiebt nicht. Ja, ich sag, wir gucken, ob der vorwärts kommt und halten ihn erstmal auf. Sehr gut. Kann man mal einen Daumen da lassen. So. Was macht der da eigentlich? Auf was wartet der? Ah, Mann. So, jetzt dürften hier gleich wieder Gegner kommen, und zwar von da hinten. Da so. Wow, 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 schieb mich nicht, Bitch. Oder ich hab mich wieder getäuscht, da kommen doch keine Gegner. Aber von hier. So. Abreiß, so. Todesengel. So. Wir müssen es mal irgendwie schaffen, dass wir mehr Schaden in unser Auto kriegen. Das wäre eigentlich schon ziemlich schmuf. Das wäre eigentlich schon ziemlich schmuf. Jo, verleg mich, Alter, was geht? Er bremst. Er fährt mit 2 kmh um die Kurve und bremst. Dein scheiß Ernst. So, jetzt müssten hier gleich ein paar Gegner kommen. Na, komm. Oder auch nicht. Irgendwie, ich lerne die Mission nicht. Ich lerne es einfach nicht. Ah doch, gleich, hier kommen Gegner. Och Mann, das war meiner. Mann. Helfer. Das war meiner. Sehr schön. Helfer. Helfer. Okay, okay. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus wie gestern der Raid. Tausendmal besser. Ne Millionenmal besser. Er fällt einfach um die Lusche. Oh was? Weg mich. Oh shit. Alter, den haben wir verlegt, Mann. Bam. Gegner, Gegner, irgendwo. Gegner. Hallo, Gegner. Oh, wir haben wieder nur 3 Räder. Verdammt. Aber ich glaube, wir dürften es gleich geschafft haben, oder? Hopp. Irgendwer hat mir bei Steam geschrieben. Sorry. Bam. Verdammt, ich dachte, ich kann ihn auch rammen. Alter, ist das ein fucking Ernst? Geht doch, dankeschön. Ah, rammen hätte ich nichts mehr gebracht. Okay. Gib Gas, Auto. Gib Gas. Weiter, 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 weiter. Und ich glaube... Ah, ne, da... Ah, mein Gott, da ist ein Gegner. Bäh Er ist da und hier ist der nächste Gegner Was? Was? Wie ging das so schnell? Alter Das hat mich ein bisschen Überrascht gerade Na hey, durch die Facecam Sehe ich jetzt wenigstens War nicht mal wieder so richtig Am ablümmeln bin Und wenn ich mich mal gerade hinsetzen müsste Auch nicht schlecht Geiler Nebeneffekt Ah man So Wir müssen es eigentlich gleich schaffen So Oh das war einer von uns Lol wo kommt der denn her Warum ist das Ding so langsam? Seit wann? Wieso? Weshalb Wieso weshalb Warum Nein Spaß So Ah guck mal Ne das Wasser eigentlich oder? Oh Leute Und schon wieder Nachrichten Tut mir leid Leute Ich glaube wir haben es geschafft Doch nicht Immer noch nicht Komm schon Er gibt auf einmal Richtgas Was ist los? Was ist los Alter? Da So No So Da kann man eigentlich Schiebt mich nicht in die Gegner, Leute. Boah, was hier abgeht. Was hier einfach abgeht. Unnormal. Todesengel. Gut, hier ist alles tot. Sehr schön. Nächste. So. Verpiss dich. Ne, ne, ne. Verdammt. Was ist eigentlich dein fucking Problem mit deinem Bus? Was ist los mit dir, Mann? Was ist dein scheiß Problem? Was hast du gegen mich? Ne, 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 ne. Das machen wir so nicht. Ganz sicherlich nicht. Sieg. Sehr schön. Das haben wir auch geschafft. Oh, geil. Und haben wir es? Ja, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Was sind denn die anderen Missionen? Schieße sieben gefächte Missionen mit einem Geschütz ab. Ne, ne, Missionen. Boah, okay. Schieße sieben gefächte Missionen mit einem Maschinengewehr ab. Okay. Zurück zur Garage erstmal. Glückwunsch. Hast du die Herausforderung? Auslöscher. Maschinengewehre abgeschlossen. Sehr toll. Geil. So, und jetzt machen wir nochmal eine Mission. Komm, wir machen einfach die. Mal sehen, mal sehen. Na, kratzi kratz. Spaß. So, komm, auf geht's. Sehr gut. Oh, ich rutsche schon wieder runter. Das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Erinnert mich schon mal da dran. So, ich glaube, das ist das hier mit der Brücke, ne? Ein Map mit Brücke. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was die reißen können. Wird doch mal wieder Zeit, dass der Richter mitzockt. Oh, ich habe eine. Nein, habe ich nicht. BAM! Gegner zerstört. Sehr schön. Der erste seit langem, Alter. Abschlusshilfe. Wo sind die anderen? Wo sind die nächsten? Nein. Okay, auf zu deren Base. Geiß. Oh. So. Da sind wir. Unser Auto hat schon gut eingesteckt. Aber das Benzin fast lebt noch. Geil. Gegner zerstört. Nummer zwei heute. Was geht denn ab? Nein. Oh Mann, ich wollte dem sein Benzin fast noch zerstören. Scheiße. Ah, Mist. Aber trotzdem gewonnen. Sehr schön. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir haben bekommen einen Wagenheber und 19 Metall Shorts. Sehr schön. Ich würde sagen, ein Gefecht machen wir noch. Wir sind Level 8. Wuuuuh, Level 8. Man. Geil. Richtig gut, Mann. Richtig gut. Oder? Sehr schön. Bam. Levelaufstieg. Brom einmal. Brom einmal. Lafette. Was ist das? Was war das? Okay, müssen wir nach der Runde gucken. Oder? Kann er jetzt? Ja, nein. Nein, nein. Ich bin nicht einfach die Runde. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das auch. Jetzt ziehen wir es durch. So, das ist unsere Base. Alles klar. Dann suchen wir jetzt mal die Gegner Base. So, versuchen wir uns mal wieder hier hinten durchzuschleichen. Bis jetzt sieht es gut aus. Oh shit. Nee, das ist einer von uns. Okay. Alter. Okay, wir sind drinne. Jetzt müssen wir es halten. Komm, komm. Einen Punkt haben wir. Scheiße, die holen uns. Ups, ich habe meine eigene weggekickt. Shit. Oh nein. Oh nein, wir sind tot. Ist ja sowas von tot. Bam, Gegner zerstört. Mit einem Reifen. Was willst du eigentlich, ne? Fuck. Okay. Ich weiß, was er will. Scheiße. Ah, Niederlage. Mist. Egal. Egal. Geht schon. So. Trotzdem. Alter. Richtig gut Reputation bekommen. Fett. Okay. Erstmal zurück zur Garage. Ja. Ach nee. Das war ja gar nicht die. Doch, hier. Niederlage. Warum Dreiter? Egal. Egal. So, wir haben irgendwas bekommen. Die brauchte fünf Energiepunkte. So. Achso. Brom. Farbverdünner. Wo ist denn Lafette? Was war das denn? Lafette? Lafette? Seht ihr es irgendwo? Da. Lafette. Rahmen. Ein Drahtgitter Lafette. Lässt Projektile passieren. Ist aber extrem klein. Was geht ab? Ich weiß nicht was das ist. Ganz im Ernst. Bringt aber böse viel Power Score. Würde ich sagen. Können wir hier drüber machen. Damit das dann ein bisschen geschützter ist. Obwohl wenn es Projektile passieren. Aber diese komische Plane mit Sicherheit auch. Gut. Gab es denn noch irgendwas? Funkgerät, Benzinfass, kleiner Reifen. Leinranpe, kleine Strebe. Dadadadada. Ja gut. Das war das. Minivan Verkleidung. Trittbrett. Keine Kiste oder sowas. Das wäre cool. Fragment Stopp. Ein Fragment, das in Samba. Das Bauteil Stopp benötigt wird. Wow. Geil. Schon Schock. Gut. Damit beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Die Kamera verwirrt mich irgendwie im Moment noch. Es ist voll ungewohnt mich selber zu sehen. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar oder einen Daumen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.